Ja, geil. Bam. Nein, nicht dahinter fahren. Nachher kommen da noch böse Fässer raus. Ja, werf doch... Boah, werf doch dein ganzes Leben nach mir. Die übertreiben, die Fässern. Wieso verlieren die die eigentlich? Das verstehe ich nicht. Was ist denn bei denen da schiefgelaufen, dass sie immer was fallen lassen müssen? Das R gibt kein Insinn. Und die armen Menschen, die armen Statisten, die hier auch mitmachen, die verrecken einfach. Sechs da schon. Wow. Da fehlen ja nur noch fünf Plätze. Und das war knapp. Ha. Komm. Ja, 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 ja. Geht doch. Wow, das war glaube ich auch wieder ein bisschen knapp. So von der Wucht her und so. Nein, nein, nein. Oh, shit. Ich wollte doch mittendrin durch, ey. Combo verloren. Ja, ich weiß. Braust du mir nicht nur unter der Nase reiben. Egal, ich bin Platz... Platz zwei nur noch einmal überholen. Dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Schätze ich. Schätze ich mal, hoffe ich mal. Ja, klar, ist vorbei. Stirb noch. Ja. Bin ich verreckt? Nein. Leider nicht. Aber jetzt. Na, noch nicht. Zu schade. Gut. Und weiter. Na, komm. So. Flugzeit-Milierte-Bonus. Ah, ich mach mal das. So. Wie lange nehm ich schon auf? Ah. Zehn Minuten. Der Part sollte jetzt eigentlich fertig sein, beendet sein, wie auch immer. Nur ein Stoß. Total einfallsreich, die Titel. So. Orange gefällt mir jetzt nicht wirklich, muss ich zugeben. Ist nicht so meine Farbe. Ich bin ja so der rot-blaue-schwarze Typ. Und ja, schwarz ist keine Farbe, ich weiß. Bevor hier wieder irgendwelche Leute schreiben, dass weiß keine Farbe ist, äh, schwarz. Da, äh, sag ich da lieber nochmal selber. Sehr schön. Toll, ich wollte da eigentlich durch. Aber gut, sabotiert euch alle selber. Finde ich, finde ich toll. Und der erste ist wahrscheinlich auch da durchgegangen. Durch das, durch dieses, äh, kleine Loch da. Und der ist jetzt über alle Berge, die ich sehe. Wie man sieht. Komm, sag mir mal eine Zeit. Wie weit vorne ist er denn? Los. Und jetzt weh, du haust mich von hinten. Danke. Scheiß Smith, ey. Der Will Smith schon wieder. Immer dieser Will Smith. Kann ich kotzen. Oh, wie viel habe ich denn hier zerstört? Nur zwei? Lächerlich. Ich hätte jetzt echt mit mehr gerechnet. Bäm. 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 Und mich selber noch zerstört. Also im Prinzip eine Dreifachzerstörung. Da zähl ich natürlich auch, wenn ich mich selber sabotiere. Das, weil, äh, ist ja gewollt. Ich, das war ja nur gewollte Zerstörung. Wisst ihr? Ist ja, ist ja alles, alles normal. Ist alles, äh, gekonnt und gewollt. Wie man wahrscheinlich auch sieht, hä, hä, hä. Hust, hust. Und, äh, geil. Ich hab rot. Ich hab rot, ey. Ich hab rot. Voll geil, ey. Voll krass. Komm, geh runter. Lass mich dich runter. Ey, ist doch scheiße. Bäm. Äh. Super. Irgendwie dumm. Richtig dumm. Jetzt kann ich auch die Abkürzung nicht nehmen. Ey, ich liebe. Geil, oder doch? Sehr schön. Ihr meintet, ich soll die Abkürzung mal ganz früh schalten. Aber, ähm, Leute, ihr habt, glaube ich, nicht verstanden, wieso ich die mal ganz spät schalte. Damit die Leute dagegen knallen. Das, das war der Grundgedanke. Dass die Leute echt denken, ähm, oh, nee, Moment. Das ist ja andersrum. Nein. Mein Gedanke war was anderes. Nur, Sekunde, lass mich kurz überlegen. Äh, die Stelle schneide ich natürlich raus. Und wehe. Wehe, danke, danke. Und wieso ruckelst du jetzt? Was, wer hat dir erlaubt zu ruckeln? Ne, was war denn mein Grundgedanke? Moment. Bin ich ganz, genau. Bin ich ganz spät mach, dass sie dann nicht mehr in die Richtung fahren. Das war mein Grundgedanke. Also, dass sie dann denken, ja, komm, der öffnet die sowieso nicht. Und ich kann sie auch nicht öffnen. Ey, nee, ne? Nee, ne? Leute. Tö, ich töte mich. Ich töte mich. Wie scheiße war das denn jetzt, bitte? Ist dat ein Dreck. Ist dat ein Dreck. Dieses Arschloch. Ey, überholt mich das erstmal im letzten Moment. Ah, okay. Was ich ja echt, äh, krass find, ist, dass ich, dass mir wirklich noch Titel für die, die, die Parts einfallen. Ist zwar nicht unbedingt immer das Einfallsreichste, aber, äh, wenn man sich die, ähm, den Titel mal hier durchliest, jetzt gerade, wahrscheinlich steht da irgendwas Toilet. Von wegen Let's Play, äh, Split Second, bla bla bla, Part, bla bla bla. Ja, und dann, ähm, Behinderterverkehr oder was da auch immer gerade stehen mag. Ich weiß ja nicht, wie ich den Part hier nenne. Ich mach dazu, ich, ich, äh, lese mir, ich, ich gehe kurz rein. Also, ich gehe in die VLC-Data rein, in die, ähm, Abi-Data rein, in die VM-V-Data rein. Wie auch immer man die nennen darf. Ähm, also in die, äh, sozusagen in die Film-Datei gehe ich rein. Die in diesen Part schaue ich mir an. Und danach gehe ich dann und, äh, schaue mir die Grundpfeiler des Parts an. Wenn ich den neuen Wagen freigestellt habe, nenne ich den nach den neuen Wagen. Das war wieder Schwachsinn eigentlich. Oder auch nicht. Weil er ist ja anscheinend gestorben. Auf jeden Fall ist das schon irgendwie nervig, die Parts immer zu benennen. Da habe ich schon sehr viel Lebenszeit, äh, verschwendet. Und, naja, ich werde es weiterhin machen. Damit ihr in etwa wisst, was auf euch zukommt. Eine Beschreibung schreiben finde ich persönlich, äh, ziemlich schwachsinnig. Weil, das wäre dann zu viel des Guten. Zu viel Spoiler. Da steht ja meistens drin so, ja, diesmal habe ich dieses Item bekommen, diesmal habe ich den Wagen bekommen. Habe den dann zerstört. Da braucht man den Part im Prinzip gar nicht mehr angucken. Finde ich jetzt. Ja, zerstör doch mal da was. Geht doch. Okay. Damn. Hui. Ja, Lindquistquist zerstört. Oder wie der auch heißt. So, wer ist hinter mir? So, aber jetzt kriege ich noch hier durch den Jump, äh, das Power-Up-Dingen wahrscheinlich, oder? Ha, geil. Geil, geil, geil. Der kann mir gar nichts mehr, der Zweite. Hoffe ich. Hoffe ich. So. Bisschen, bisschen hier eine Kurve rein. Bremsen, driften, wie auch immer. Draften, driften. Ich sehe da hinten nichts. Geil. Und wieso ruckelt der jetzt wieder? Das ist total, das ist total ein Mysterium bei meinem PC, irgendwie, finde ich. Der, der kann so krasse Spiele abspielen. Abspielen? Der kann so krasse Spiele, äh, ihr wisst schon. Aber irgendwie, äh, hat der manchmal so Einbrüche. Was ich auch irgendwie nicht nachvollziehen kann. Naja. Ach, ich habe doch sowas von gewonnen, ey. Ich sehe den anderen noch nicht mal. Einfach. Die Runde war echt, da war ich echt zu gut. Für meine Verhältnisse. Ich bin ja immer gut, weißt du da. Total. Flugzeug-Friedhof. Jo, steht noch nicht mal eine Zeit dran. Das finde ich auch immer toll. Ähm. Ja, dann mache ich jetzt das. Ja. Cobretti. Das Cobrötchen. Hm. Ich trinke immer was. Ah, Wasser. Wasser, Wasser. Solltet ihr euch auch angewöhnen, falls ihr das nicht macht. Also, falls ihr kein Wasser trinken solltet, ich trinke nur Wasser und Milch eigentlich.